Modul 2, Lektion 3, Aufgabe 2 Haustiere Hört zu, zeigt mit und sprecht nach. Der Hund, die Katze, der Papagei, die Fische, das Kaninchen, der Hamster, die Schildkröte, das Chinchilla, der Papagei, der Hund, die Katze, der Hamster, die Schildkröte, das Chinchilla, die Schildkröte, der Papagei, die Katze, der Hamster, das Chinchilla, die Fische.